Der Krieg zwischen Geflügeltern und Vierbeinern Einmal erklärten der Bär und der Specht einander den Krieg. Als die anderen Tiere das hörten, stellten sich alle Vierbeiner auf die Seite des Bären, während sich die Vögel und die Insekten mit dem Specht verbündeten. Die Geflügeltern schickten Spione in das feindliche Lager. Das Heer der Vierbeiner wurde vom Fuchs angeführt, der gerade Befehle gab. Mein roter, stuppiger Schwanz ist von überall aus zu sehen. Deshalb werde ich euch damit alles zu verstehen geben, erklärte der Fuchs. Richte ich ihn nach oben, heisst es, dass alles in Ordnung ist und der Angriff fortgesetzt wird. Bei Gefahr senke ich den Schwanz und wir ziehen uns zurück. Am nächsten Tag griffen die Vierbeiner an. Der Boden erschütterte unter ihren Füßen wie bei Erdbeben. Da der Anführer der Geflügelten vom Plan der Gegner Bescheid wusste, schickte er eine Wespe voraus, die den Fuchs angreifen sollte. Der Fuchs wurde von der Wespe so schlecht gestochen, dass er den Schwanz nicht mehr nach oben richten konnte. Die Vierbeiner sahen den gesenkten Schwanz des Fuchses, deshalb glaubten sie, sie seien in Gefahr und sollten sich zurückziehen. So gelang es einer kleinen Wespe, das Heer der Vierbeiner zu besiegern.